Fritz Leonhardt war einer der einflussreichsten deutschen Bauingenieure des 20. Jahrhunderts Leben und Wirken. Nach seinem Abitur 1927 am Dillmann-Realgymnasium studierte er Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Stuttgart und an der Purdue-Universität in West Lafayette. In den USA von 1934 bis 1938 war er Brückenbauingenieur bei der Reichsautobahngesellschaft. Bereits dort arbeitete er mit Paul Bonatz zusammen. 1939 gründete er ein Ingenieurbüro, das noch heute unter dem Namen Leonhardt André und M. Partner existiert. Er wurde bekannt durch den Bau zahlreicher Brücken, Hochhäuser und Fernsehtürme in Stahl- und Spannbetonbauweise. Der von ihm erbaute Stuttgarter Fernsehturm war der weltweit erste Fernsehturm in Stahlbetonbauweise. Zusammen mit Wolf hat André gründete Leonhardt 1953 DK Sekunden Ingenieurbüro Leonhardt und André seit 1970 um Partner erweitert unter Leonhardt. André und Partner firmiert. Von 1957 bis 1974 war Leonhardt Professor für Massivbau der TH Stuttgart. Von 1967 bis 1969 auch Rektor. In dieser Zeit war er maßgeblich an der Planung der für das Richtfunknetz erforderlichen Typentürme beteiligt. Sein Büro erstellte die Tragwerkplanung für das Zeltdach des Münchner Olympiageländes und ermöglichte so die Bauausführung des von Günther Benesch. Noch ohne Wissen über die Verwirklichung entworfenen Modells. Leonhardt kann als Hauptvertreter der Stuttgarter Schule des konstruktiven Ingenieurbaus gelten, in deren Zentrum der Leichtbau steht. So publizierte er 1940 den Aufsatz Leichtbau eine Forderung unserer Zeit, Anregungen für den Hoch- und Brückenbau. Nach seiner Emeritierung wurde Jörg Schleich sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl. 1975 erhielt Leonhardt die Goldmedaille der Institution of Structural Engineers. Fritz Leonhardt wurde mit zahlreichen Ehrungen bedacht, darunter mit dem großen Verdienstkreuz und sechs Ehrendoktorwürden. 1981 wurde er mit dem Award of Merit in Structural Engineering der Internationalen Vereinigung für Hochbau und Brückenbau IVBH ausgezeichnet. 1982 wurde Leonhardt Ehrenmitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 1998 wurde eine bis dahin namenlose Realschule im Stuttgarter Stadtteil Degerloch nach ihm benannt. Sein Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof Stuttgart. Der nach ihm benannte Fritz Leonhardt Preis wird alle drei Jahre an herausragende Bauingenieure verliehen, 2015 zum sechsten Mal. Bauwerke, 1934 bis 1938, diverse Brücken für die Reichsautobahn, unter anderem den ersten Sulzbach-Viadukt bei Denkendorf. 1938 bis 1941, Rheinbrücke, Köln-Rodekirchen mit Paul Bonatz, damals größte Hängebrücke Europas. 1948, Deutzer Brücke mit Gertlummer, erste Stahlkastenträgerbrücke der Welt. 1950, Neckarkanalbrücke in Heilbronn. 1951, Mülheimer Brücke mit Wilhelm Rippan, erste Brücke mit einer Otto-Truppen-Platte. 1955, Schwedenbrücke in Wien. 1953 bis 1956, Stuttgarter Fernsehturm, erster Stahlbeton-Fernsehturm der Welt, zusammen mit Erwin Heinle. 1957 bis 1976, Düsseldorfer Brückenfamilie in Düsseldorf. 1958 bis 1959, Severinsbrücke mit Gert Lohmer. 1961, Ferdinand Leitner steg in Stuttgart mit Wolf, hat André geplant. 1967, Hängebrücke über die Straße von Messina, Sizilien. 1967, Verantwortlicher Ingenieur für den deutschen Pavillon auf der Weltausstellung Expo 67 in Montreal. 1966 bis 1968, Heinrich Herzturm Hamburg mit Fritz Trautwein und Raphael Behn. 1969, Fernmeldeturm Waghäusl zusammen mit Erwin Heinle. 1972, Zeltdach des Münchner Olympiastadions. Trakwerksplanung durch sein Büro 1972, Beckensteg in Willingen-Schwenningen. 1975 bis 1978, Neckartalbrücke Weitingen. 1978, Cable Bridge, Pasco Kennewick, Washington, USA. 1979, Kochertalbrücke mit Hans Kammerer als Architekt. Ausführung nach einem Sondervorschlag der Weiß und M. Freitag KG unter Beratung von Leon Hart. 1981, Colonius Fernsehturm, Tragwerksplanung und Ingenieursleistungen. Architekt Erwin Heinle, 1992, Galaterbrücke, Istanbul. Schriften, Spannbeton für die Praxis. Verlag Ernst, Berlin 1973, ISBN 3-433-00541-9. Ingenieurbau, Bauingenieure gestalten die Umwelt. Karl Habel Verlag Darmstadt 1974, Brücken, Britsches. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1982, ISBN 3-421-025908. Baumeister in einer umwälzenden Zeit, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1984, ISBN 3-421-02815-X.